weiter weg gebaut aber ich finde es schön wenn man erst fertig wollte habe ich ein steaks und 30 schweinefleisch glaube ich habe erst mal genug essen tschüss weißt du gerade wo ich noch bei war ach genau hat im frames das heißt um erst mal ein papier ab weil mein zuckerrohr ab wird immer noch nicht angepflanzt aber wozu auch weißt du es gibt ja kein rezept um marble zu machen das ist schade aber ich habe noch ein cobblestone generator born also ein extruder den durch mess weiter jagen und dann nachher verbrennen dass ich quasi eine glas haben habe dass ich dann am anfang nur beim extruder halt ein schalter dran mache dass ich das irgendwann an und aus mache ist noch ein portal warum ist hier noch ein paar wir sind zwei portale und hier oben im haus ach so ja da haben wir was testet ob der von der einen welche die andere welt gehen kann mit portal aber das geht nicht so du meinst 2 und so was ja was ich mal verlaufen dass hier noch mal so ne papier ja jetzt habe ich 15 türen haben wir jetzt schon bücher regale da bräuchte drei bücher für eins mal was gesagt 16 bräuchte die große 15 15 45 das reicht jolo drauf 32 schon mal ein bisschen leder bräuchte noch für meine frames gehen wir noch mal diese frames rahmen ja die bilder nur mit habe ich noch nie welche gebaut ja ich habe gerade rahmen eingegeben einfach glaubt holz müsste ich hier noch haben hatte aber ein bisschen wenig nur ihr habt meine lagerhäuse besitzungen mit schildern wie mein gott jetzt habe ich 5 item frames immerhin schon mal Wow Stein Sauber Was ich gemacht habe Was? Ich habe Ein Stein auf den Itemframe drauf gehauen Jetzt ist der Itemframe weg Hä? Wie tue ich die denn da rein? Rechtsklick nochmal Ah, aber mit Sneak Anscheinend Achso Der oberste muss noch frei sein Über der Eisentruhe Also einer muss über der Eisentruhe Frei sein Aber Eisentruhe über Eisentruhe Aber die ganz oben muss eine Lücke haben Ja Das ist mir nämlich gerade aufgefallen Kommen wir jetzt da rein Ah, so So Da kommt ein richtiger Stein rein Eisentruhe Ich kriege auch eine eigene Kiste Aber die fängt dann hier an So, dann bleiben wir jetzt mal auf dem Weg Einen PC-Dorf zu suchen Eisendrinner Weißt du, das sortieren mache ich glaube ich doch Offscreen nachher dann Das wäre glaube ich einiges angenehmer Ja, mache ich nachher Aber ich kann jetzt gerade eben meinen YOLO-Meta Umquartieren Das mache ich jetzt noch Passi 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 Dann schickt man mehrere Stecks rüber Wenn man dasselbe drin hat Ja Ja Das wusste ich ja gerade nicht mehr Passi Passi Den hätte ich gerne wieder Die brauche ich Passi Das werde ich wohl noch brauchen Irgendwas sicherlich Da habe ich noch Brot Kann ich mir jetzt wohl Hamburger machen Wenn ich Brot, Fleisch, Brot mache Das wäre voll lustig So Meine Maschinen laufen schon mal auf gelb Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier Die ganzen Ärzte reintun Die hier in dieser Kiste liegen habe Na, Aluminium Oh Nee, fuck Glaube ich brauche noch ein Schild Was ich alles da reinpacken kann Gold, Aluminium Nee, Gold, Tin, Eisen Mehr geht nicht durch Meshrater, ne? Äh, Meshrater Alles Tin geht durch Eisen Das, das auch So, alles klar So, habe ich hier noch irgendwas An Ärzten drin Aluminium geht nicht durch Gut, dann werde ich jetzt noch mal Eine Cobblestone-Farmer Und schmeißen Weil ich brauche Bald ganz viel Glas Äh, meine Ich nehm Extruder So Ja, der pumpt hier schon mal wunderbar ab Das gefällt mir Du Jetzt mein Haus mal von innen noch ein bisschen schöner bauen Ja, mach das Dafür brauche ich meine Glas-Panels Die hier oben in der Kiste sind Weil ich muss noch ein paar Glasscheiben einbauen Eine riesengroße Glas-Front brauche ich nochmal Ähm Ja Ja, erstmal schön ins Wasser fallen und so ein Ding falsch setzen Und aus Schreck Ich hätte vieler Advanced Solar-Panels übrig Advanced Ja Ja, hau her, wenn du willst Oder ich mach mal einfach hier so eine Truhe vor dem ersten Portal so irgendwo da und da tu das halt einfach mal reinschmeißen und dann hol ich mir das irgendwann mal ab Hast du deine Truhe im obersten Stock? Und jetzt brauche ich Obsidian Ja, hab ich nicht Aber kann ich mir herstellen Farsi Jawohl Ich hab noch eins Ah, hab ich nur da Ich spreche mal kurz deine Portal Gun Voll, Gun, Jawohl Danke Ein Glas Hingetan gehabt hier hinten, ne? Ohja So Igneos Truder Ach du Scheiße Was ich dafür alles brauche Machine Frame, gut, der ist einfach Äh Pneumatik Servo ist auch Okay, der ist gar nicht mal so schwer, wie ich dachte Pasti, behältst du mal hier den NPC ein bisschen im Auge? Hä? Ja, was ist denn hier los? Warum hat er mein Tin ausgespü... Ach, der ging nicht rein, das Tin Ahlala, so ist mein NPC daus Ah fuck, das Tin ging nicht durch Dann abpumpen Und das mach, beschleunige ich mal hier eben so Zack Ah, meinst ist so wie dein Zug, finde ich keins, gell? Ist ich draußen Feuerwerk oder was? Yo, Alter Ich hab auch nichts besseres zu tun als Feuerwerk gerade mal zu machen, ne? So, ich mir jetzt wollte das Pneumatik Servo machen, ja gut Pneumatik so Ja, einfach Weißt du, das Ding sieht mega schwer aus? Ja Ist es aber nicht So Dann brauche ich jetzt noch So ein dreckiges NPC daus ist nirgends Die Wüste Ja, Wüste und Flatter So ein Machine Frame habe ich auch Was brauche ich noch dafür? Ein Kolben Ja, den kriege ich auch noch zustande Ne, kriege ich nicht, weil ich kein Eisen und keine Steine habe So, Eisen Habe ich Cobblestone war, glaube ich, eh noch was drin Ne, war nicht Fuck, ich hab kein Cobblestone zur Hand Soll Erstmal nach oben an meine Kiste gehen Parallel Was? Fliege ich halt über das Meer Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich fliege Ich bin einfach nach Osten geflogen, circa So Silber Das Holz habe ich natürlich auch nicht dabei Ich habe schon falsch gebaut Meist toll, also Holz müsste Hier auch nicht mehr drin sein Ach, warum suche ich eigentlich so lang Alter, was war das da grad? Das waren Schafe So, ne Hühner Warum suche ich eigentlich so lang? Ich weiß so ganz genau, wo ein NPC daus ist Ich weiß doch nicht, warum du das tust Ich muss doch nur so Richtung unsere Query fliegen Da sind doch, da war doch ein NPC daus Fällt mir gerade ein So, Colben habe ich Und dann hau mal her das Scheißen So, zack, zack Zu, zu Und tin glaube ich, oder? Und Passi, was sagt der PC zu unserem NPC daus? Bleibt er hier? Ich habe meine Extruder so Alles klar, jetzt brauche ich noch einen Kompressor 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 Nämlich direkt den Singularity-Kompressor Also, unsere Extruder? Wollte ich noch mal wahrscheinlich für Ja, war klar Machine Block, Steine Und Ja, ist ja schön Ne, andersrum Direkt mal zwei machen Zack Den Maschinenblock drüber, den ich hier hinten drin liegen habe Wenigstens weiß ich wenigstens noch, wo ich in meine Müllkiste alles reingeschmissen habe So, Kompressor besteht aus Steinen und Ne, doch nicht Hä? Achso Darum kommt keiner hin Hä? Vielleicht soll ich noch Maschinenblock hin tun und ich den Mace Rater Ich hält Kompressor So, hat er Advanced Machine Block konnte ich mir nicht machen, weil mir die Advanced Alloys fehlt Achso, das war von meinem Haus Immer nachwäsch Warte, Advanced Alloys Dieses komische Zeug macht man auch im Kompressor, ne? Ja Ja gut, den habe ich jetzt erstmal hier stehen Den muss ich erstmal anschließen